Hi, wir sind die Ehrlich Brothers und wir stehen gerade in der Commerz Punk Arena in Frankfurt im WM-Stadion. Und es gibt einen Termin, den ihr euch alle vormerken solltet und zwar... Tatatata, den 11.06.2016. Da machen wir nämlich eine riesen Zaubershow hier mit neuen Illusionen und es wird ein Weltrekordversuch geben. Ja, es ist das große Tourfinale unserer langjährigen Tour. Es gibt neue Illusionen, also merkt euch diesen Termin. Es wird der Hammer. Tragt ihn euch ein in die Terminkalender von euch, von euren Eltern, Freunden, Verwandten und auch in die Terminkalender der ungeliebten Nachbarn, weil irgendwen müssen wir zersägen. Also, sichert euch ein Ticket und wir sehen uns. Es wird geil. Bis dann. Wir freuen uns.